Ja. Wo ist die? Ich hatte das noch nie. Ich hatte das schon mal, aber da muss ich eine schnelle Sensibilität nehmen. Oh, das verfallte mich. Aouchi. Sensibilität, Alter. Hallo. Ich weiß nicht, komisch. Hab ich ja schon noch den Sack gekriegt. Oh, ist gerade jemand gestorben. Glaube nicht. Dankeschön. Danke. Du bist... Ich hab's extra nicht auf dich direkt drauf geworfen. Weil das die erste Runde ist. Wer ist Flair? Wer ist Flair? 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 Ach, war das? Flair? Flair? Flair, Alter. Ich kann die Namen nicht sehen von den Leuten. Das ist geil. Wer ist der Schiff? Das kann eigentlich nicht sein. Ich seh den Namen. Ich seh den Namen. Pate, kannst du meinen Namen sehen? Oh, jetzt ist die Fishing License. Was? Ich kann deinen Namen nicht sehen. Was? Digga, was? Mein Zustand? Mach die hin. Dein Zustand? Ne, auch nicht. Ich seh, du bist blutig, aber ich kann nichts erkennen. Ich weiß ja. Die schützt dich. Wenn nicht aber behindert ist. Wenn nicht aber behindert ist. Und jetzt ist es geil. Ich versuche den Fishing License. Probe ist es. Nur so hat der Minecraft Map. Hat auch noch mal funktioniert. Ja, jetzt. Ja. Nee. Komm auch fertig. Geil. 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 Ich glaub es geht nicht. Geil. Ja. Wobei. Warte geht. Ja, mach du mal. Ja. Kann sein, dass... Sag mal, Naro, lebst du noch? Vielleicht. No, fuck. Naro's Trader. Hä? Was? Ja, wer sagt er sonst vielleicht, ey? Sonst war das halt noch ne Trader. Hä? Hä? Ja, ja. Oder Patrick, was sagst du dazu? Hey, Patrick? Was ist los? Patrick ist tot. Find ich gut. Da hinten ist der Roboter. Okay. Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Beim Steg. Bei der Fischerlizenz. Ah, du bist ja später gejoint. Die nicht müssen jetzt. Okay, Ben. Hey. Kannst du noch einmal die du da hast? Keine Ahnung. Das ist ein Dragonewitsch. Das ist ein Dragonewitsch. Ja, gut doch. Ich hab den Russen in mir gespürt, ohne Witz. Wirklich? Ohne Witz. Was? Oh boy. No joke. Jetzt sehen wir, ob wir dich eingestellt haben. Ich müsste zwei Traitor und ein Detective jetzt geben bei sechs Leuten. Und ein Schwanzduscher. Das bist du. Ja. Das bist du. Ja. Krass. Zwei Traitor und ein Detective. Wow. Wow. Wo bist du denn hier? Hey. 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 Wer ist hier? Wer ist hier? Wer ist hier? Wer ist hier? Wer schießt auf das Fass? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ich hab mal ne Waffe, Junge. Ich weiß nicht. Paul, du hast meine Taube geschluckt. Die war ich für. Paul? Ja, die war eigentlich mal. Ich war dreimal. Ich weiss. Ja, vor allem du standest noch so gut. Ja, was ist das für viele Lauts? Warum hab ich eigentlich nur laut im Waffen? Wait. Ey, warte mal. Vor mir ist jemand gestorben. Ja, vor mir auch. Vor euch beiden? Ja, also ich bin nicht. Das sind zwei Leute gestorben, wenn du das. Ja, Roba ist dieses Mal wohl nicht Traitor gewesen. What the fuck? Ah, ich bin hierhin. An was ist er gestorben? 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 Oh wait. Ah! Was? Hier schießt jemand? Ja. Ah! Was ist das für ein Tod, Alter? Oh, ich werde beschossen. Okay. Voll vertrieben. Was ist das für eine Pistole, Alter? Was ist das für eine Pistole? Kann ich bitte treffen? Ist doch gar nicht wahr! Skrrr! 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 Ich glaube, Paulus ist ein Sniper am Anfang. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ist das hier ein Leiter? Eventuell. Ja, Paulus ist ein Leiter. Jetzt kannst du ein Kranführer werden. Ja, ein Führer voll. Ein Führer. Oh Gott, scheiße. Jetzt die Frage, ist das gefälscht oder ist das nicht gefälscht? Das ist gefälscht. Kann ich jetzt von hier oben jedem einen Headshot geben? Ja. Jedem. Jedem. Aber wirklich jeden. Ich bin sogar in der ersten Minute gestorben. Jedem, also. Sogar dem Admin. Nein, Paul, komm nicht hoch. Hat er jemanden gekillt? Ja, er oben hat ihn gekillt. Habe ich den falschen gekillt? Ja. Ich will die... Neue... Ich will nur ein richtiges Minecraft-Spiel. Das spiel ich nicht. Ne, ich hab's gesehen. Bitte, bitte, bitte nicht. Billige Kopieball, ey. Ey, was ist das denn hier für... Wirkliche Waffe. Ey, hast du viele Klötze im Hintergrund? Ich sehe die Namen wieder, ich sehe die Namen wieder. Das sind große Blöcke. Geil. Ey, ich hab' gezaubert. Ich hab' nichts. Geh' du mal die Lara. Gibt's hier echt keine Waffen? Ne, hier gibt's keine Waffen. Oh, Paul, guck mal, hier geht's auch lang. Ja, von der Kami, glaube ich. Ne, noch nicht. Oh, hier geht's runter. Und hier geht's immer. Alter! Da Kolokin? Was hast du in der Hand? Was hast du in der Hand? Ja, auch keine Hand. Wirklich? Ich hab' immer noch keine Hand. Das ist doch schnell so entspannt. Leute, hier ist die Hand. Der Andern aber. Komm zur Mühle. Hä, wer ist das? Zur Mühle, okay. Ja, ich bin zur Mühle. Wo ist die Mühle? Wo ist die Mühle? Mit allem rum und dran. Geil. Mit allem rum und dran. Dann kann ich auch ne Schroffle mit nem Silencer haben, in Pink. Da, du bist das. Mit den Fingern, hier ist ne Waffe. Ey, ich hab' aber ne richtig geile Waffe. Wollte eigentlich nur gucken, wer hier ist. Oh, lol. Geh mal zum Spiegel und drück E. Oh, lol. Oh, ich seh mich selber. Einer stirbt dahin. Einer wird angeschossen. Wo ist einer der Spiegel? Oh, lol. Oh, what? Ja, die ist cool. Die nehmen wir. Oh, shit. Holy shit. Einer wurde vorhin angeschossen. Bei der Mühle. Was ist denn los? Ah, lol. Ah, lol. Ah, ah, ah. Oh, shit. Oh, was ist das passiert? Oh mein Gott. Ich glaube es sind gerade 50 Menschen gestorben. Was? Echt? ich hab gerade 6 Leute mit der Lava getötet oh mein Gott und ich sag noch kurz davor drücken auf den Spiegel lass mal in das Spiel lang jetzt warte mal ja ich hab drauf gedrückt das Ding war du guckst mir so an und hängst mir so tschüss oh shit ich kann den Namen nicht mehr sehen er war voll witzig ist das eine komplette Traitor-Falle oder ist ja wohl zu kein Traitor-Faller nein es ist eine Traitor-Falle ah ok oh shit aber schon voll böses das Spiel ist so witzig kommt da mal rein das hat keiner gecheckt oh Mann ey Hallo Patrik oh ist ein Stryker-2 Paul vertraust mir? nein Paul vertraust mir? weil ich bin Dete der Kick ah ja dann schon AAAAAAAAHHH DAKOLO 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 ist es DAKOLO DAKOLO ist 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 DAKOLO ich soll da reinspringen wenn du mir vertraust wenn du mir vertraust wenn du mir vertraust wie soll ich da reinspringen ja weil ich schon gemacht hab das ist ein wenn ich jetzt sterbe ah du kannst es ja nicht sein ey ich kann so nicht zielen ich kann so nicht zielen ich kann so nicht zielen genau so hab ich auch gekochen man denkt immer man fährt richtig viel was ist denn das ist einfach Wasser die keiner denkt die Tür nein nein da würde ich mit oh nein nein DAKOLO DAKOLO ich hab Freddy dabei DAKOLO ist DAKOLO ist doch tot DAKOLO ist doch tot ja ich hab ihn ja getötet ich nehm ihn als Trophäne ok so rass eh mädin lass mich raunderschwingen wohin hier rein oh mein Gott an hier meine Gott hier ist Freddy hier reinwerfen hier reinwerfen hier reinwerfen werfen wir uns nichts werfen wir uns nichts jao in der Nacht ah und da Warte, wer ist denn da? Der Kohl liegt doch noch da Was? Sora weg! Von nach Hause und nach Hause ist es Ein Turm hier rechts Nach Hause Wer ist im Haus denn? Geh mal zum Spiegel Geh mal zum Spiegel Geh mal Bier holen, Alter Spinnzell Oh, ich hab mir mega hit gegeben, glaub ich Ich hab hier irgendwo Schüsse Na, versuch's noch Komm, piss dich doch, ey Ich trip dich doch niemals mit meiner Mama, ey Ich dachte, Dacono kam der runtergefallen Aber das war eigentlich die Facts Oh, fuck you Ey, ich hab auch geertet Dacono ist ja immer Stryker gegen Auge Stryker ist scheiße Patrick ist ja auch Ey, aber Patrick, jetzt mal ohne Scheiß Wo ist gleich diese ganzen Maps, die von 5-Jährigen erbaut wurden? Weil die hier ist eigentlich fast genau das Gleiche Du bist ja auch Oh, shit, ich find dich ja nicht cool Ich find dich auch ganz cool Also es gibt 5 Warfschläge Was? Du hast doch keine Spots gefunden Na, fuck you, es gibt doch 5